hallo freunde der virtuellen realität schön dass ihr eingeschaltet habt zum heutigen 1500 abo special und ja wer ihn nicht kennt er ist ben ich bin sebastian und ja schön dass ihr eingeschaltet habt ja 1500 abos sind endlich geknackt und ich möchte mich tierisch bei euch bedanken also vielen vielen dank ist wahnsinn was hier der letzte zeit abging ohne ende kommentare ohne ende abos natürlich auch wegen den guten stück hier der pico 4 hat natürlich sehr viel aufmerksamkeit bekommen dann gab es aber auch noch eine schattenseite wer es nicht mitbekommen hat ich bin quasi attackiert worden von irgendwem der meint es witzig zu finden mein kanal mit abokauf und so weiter ja zu unterstützen ja ist eigentlich eher negativ wenn man abos kauft und eventuell sogar likes und klicks bin ich mir nicht sicher youtube ist informiert youtube hat gesagt es geht sogar jetzt eine etage höher die wollen jetzt herausfinden was da genau los ist aber ich habe bin stetigen e mail kontakt mit denen und ja da bin ich mal gespannt was da kommt aber die gekauften abos die 500 dies waren die sind innerhalb von anderthalb tagen auch wieder weggewiesen das ist das positive also wir sind jetzt wirklich bei ja wir katzen aktuell kurz vor 1600 aber die 1500 sind geknackt definitiv da bin ich ja auch stolz drauf ich würde auch niemals im leben würde mir einfallen abos zu kaufen weil ich freue mich echt um jedes abo was ihr mir gebt jedes kommentar jedes like was ich mir dann verdient habe durch durch meine videos und das würde ich mir gar nicht nehmen lassen um irgendwie ja einfach mehr abos zu haben ist einfach schwachsinn ich mache das hier aus hobby es wäre cool wenn aus hobby irgendwann ein bisschen teilzeit beruf wird aber er geht es in die hobby schiene halt rein und ja dafür möchte ich mich bei euch bedanken und ja was können können wir fans am besten gebrauchen ja geld geld braucht man immer aber spiele keys habe ich mir gedacht sind gehen immer gut und ja ich habe einige entwickler angeschrieben mit denen schon lange in kontakt bin es sind sogar noch zwei drei in der pipeline wo ich nicht weiß bekomme ich da eventuell doch noch was entschuldigung auf jeden fall habe ich jetzt schon eine ganz gute liste zusammen was ich für keys habe und die gehe ich mal ganz kurz mit euch durch es wird mehrere videos geben mehrere gewinnspiele und dieses intro was ich jetzt hier aufnehmen ist aber an jedem video oder an jedem game gewinnspiel dran also das ist das erste video was ihr dann seht fand ich jetzt am einfachsten so zu machen auch wenigen kommentaren es gibt verschiedene keys verschiedene plattformen auch von der anzahl her ist das teilweise unterschiedlich von daher ist es am einfachsten wenn man für jedes spiel ein eigenes video macht ja wir haben wanderer haben wir ein steam key bekommen wir haben die mio zwei keys bekommen da können wir uns die plattform sogar aussuchen dann haben wir sie secret of retropolis die haben mir sechs keys zur verfügung gestellt drei steam keys drei quest keys dann haben wir after the fall after the fall die haben mir auch sechs keys zur verfügung gestellt also mega auch für meta quest playstation vr und steam jeweils zwei keys und dann haben wir blade and sorcery da habe ich zwei steam keys bekommen und mega also ich finde das sind alles richtig geile games und und ich bin super dankbar dass die mir die die sie gegeben haben und ja sehr viele entwickler haben auch geschrieben es wäre echt nett aber auch an die leute da draußen die das spiel eventuell sogar haben alle spiele egal welche schreibt rezension wenn euch besonders wenn euch das spiel gefällt schreibt rezension meistens schreiben die leute nur rezension wenn ihnen was nicht gefällt aber die vr entwickler brauchen unbedingt mehr unterstützung besonders bei steam via es ist so wichtig positive bewertung zu haben als am ranking gibt und so weiter und von daher schreibt positive rezensionen wenn euch ein spiel gefällt das ist mega wichtig und natürlich wenn ihr hier diese spiele auch gewinnen solltet würde ich mich natürlich freuen wenn er dahingehend auch den entwicklern ein bisschen unterstützung leistet ja leute nach diesem video jetzt hier nach diesem intro wird es dann zu dem jeweiligen spiel gehen und zu dem jeweiligen gewinnspiel und ja ich gebe mal ab an sebastian ja leute hier sind wir bei after the fall was ihr gewinnen könnt und ich habe insgesamt sechs keys bekommen zwei quest keys zwei playstation vr keys und zwei steam keys ich zeige euch jetzt nur die steam seite und ja was müsst ihr dafür tun dass ihr hier gewinnen könnt einmal müsst ihr natürlich abonnent sein auf meinem kanal dann müsst ihr auch einen kommentar schreiben dass ihr gewinnen wollt und ihr müsst natürlich auch die plattform die ihr gewinnen möchtet für die ihr gewinnen möchtet müsst ihr benennen und ihr könnt ihr euch nur eine plattform aussuchen das heißt entweder quest playstation vr oder steam und es gibt auch nur ein key pro person und falls die person doppelt gezogen wird wird neu gezogen so damit wir wirklich sechs gewinner am ende haben und ja also richtig cooles game kostet 39 euro 99 im steam store und ja wie die anderen preise sind weiß ich gar nicht habe ich jetzt nicht geguckt aber jeder kennt das spiel und ja falls ihr das noch nicht habt solltet ihr auf jeden fall mitmachen und ja ihr müsst hier auch ein codewort nennen und wenn das codewort einfach schneefall und dieses codewort müsst ihr natürlich auch in die kommentare einpacken wenn ihr das codewort nicht in die kommentare packt muss ich davon ausgehen dass ihr das video nicht gesehen habt und somit fällt hier raus aus der auslosung und ja macht dann nicht mit ja ich möchte hier nicht das bots oder so hier mit gewinnen oder leute die hier irgendwie nur abzocken wollen sag ich einfach mal sondern es soll schon so sein dass es auch wirklich abonnenten sind und auch natürlich dass das video geguckt wurde ja ihr könnt es irgendwie gerne verpacken in einen text wenn ihr wollt aber ganz wichtig nennt die plattform weil wenn ihr die plattform nicht nennt ja ist schwerer für mich weil ich muss hier wirklich drei plattformen a2 keys verlosen und deshalb muss ich das ganze auch in einzelvideos packen weil es dann alles sonst viel zu kompliziert gewesen wäre weil die alternative wäre jetzt irgendeine seite wo ihr euch registrieren müsstet wo ihr dann ja mitmachen könnt wenn ihr das und das und das und das macht und das möchte ich einfach nicht es soll einfach für euch sein für die ganzen zuschauer für euch ist es auch einfach einfach nur auf den abo button drücken bei mir und schon habt ihr den kanal abonniert und so soll es für euch dann auch sein dass ihr dann hier dran teilnehmt ja leute ich kann euch nur empfehlen hier mitzumachen after the fall richtig geiler titel und ja alle weiteren details stehen unten in der beschreibung wann ein sendeschluss ist und so weiter und ja ich wünsche euch viel glück danke für eure aufmerksamkeit und ja falls ihr meinen kanal noch nicht abonniert habt jetzt das abo drücken dankeschön